Willkommen zurück bei MyCraftModLand. Mit dem Nico, hi. Er steht da vorne, wie ihr seht. Nein, ähm. Nein, nicht 18. Labrotron. Was? Ich hab 18 in das System eingegeben, weil ich 18 Labrotron herstellen will. Nein, ich hab 18 eingegeben. In der Donderwelt, bis in Nordfarm, weil wir auf die Aufzüge am Hangar schauen, wie das aussieht und so. Stimmt, ist dann wieder Rheinhorn wegen. Bei Glas wird gar nicht mehr steig, Glas, die wir machen wollten. Ich wollte wirklich Strom haben, dass wir die ersten Portale wegmachen und dort richtige Portale machen. Aber Brücke hin platzieren, die miteinander verbinden und so. Es gibt extra Portale hier. Portal, hier. Die Teleporter meine ich. Dann können wir auf die Scheiß Ding nutzen, probate nicht mehr die Portale ganz. Und können dann so viele Portale machen, wenn wir Bock haben und bin nicht mehr auf die angewiesen. Oder machen nicht aus, dass wir immer weg oder sowas. Nicht gleich am geilsten. Nicht wundern, der Sound ist grad aus, weil, naja, es gewittert halt so laut. Das ist halt, ne, Regen und gleich Gewitter und so, das ist einfach, ne, das ist, äh, ja. Ihr hört schon, es ist zu laut. Gut. Oh, äh, ja. Hä? Das ist natürlich kein System in der Nähe, ne? Ne. Ich bräuchte nämlich mal... Lars, wie viel bräuchte? Drei mal... Ich dachte, du bist das mobile System. Drei mal... Du nutzt doch mal das. Ja, überall Wireless. Das sagst du mal so, Nico, ne? Ja, das stimmt nicht hier oben. Ich bin nämlich da, wo ich das Solarpanel grad gesetzt hab. Ja, doch. Na, dann let's try it. Wahrscheinlich. Äh, wo ist denn dann da? Ja, ja. Ne, ist wirklich kein... Dich hat oben den Park halt nicht. Wann hangar is? Weil du überall eigentlich wenn du drüben bist. Ach, darf ich so? Komm, springst einfach hin. Ja, hast du noch die Ritimschule für mich wegen die Wandform? Ja, hab ich. Das ist noch voll. Dann haut mal in die Pouch und schaut die Gitte hin. ein bisschen hier und dann auch noch weiter wenn auch immer nicht mehr braucht noch haben das ist ein mega anstrengend zu bauen hat das problem und hat mal sehr schnell und das drauf und man muss halt alles nachschauen ja wo das echt so ein fehler die wir machen viel zu oft genau wie viel das 13 braucht nicht stimmt jetzt habe ich ja keine 13 glas hat er das glas ich brauche das jetzt aber schon komisch kein sand ist drin der kann glas nicht schaffen könnte ich doch helfen warte kurz ich habe ja ich habe auch gerade mal reingeworfen verbraucht hat für was verbraucht er gerade glas wie so ein kind ja und okay so heute wieder dann da sein viel spaß danke und verbraucht nicht für was auch immer sondern auch ein bisschen für glas nicht drauf denken ja ja was kostet euch glas gerade welcher auftrag nee oben solar pendels sind ja fertig da mache ich dann das glas drüber ach so ich habe zu gucken ob wir da dann noch einen weiteren solar pendeln klatschen aber wahrscheinlich müssen wir auf dauer wird das nicht scheiße alter ist es aber hast du meine türen jetzt halt mal aufgeladen wahrscheinlich nicht ne dein iridium drill doch habe ich tauschen ja danke blöd wenn man da in der mfsu drin oder da haben wir in der pouch ja aber in der donna wird man auch bauschen schaffst du nicht auf oder mit suvski ne ne aber im sinne von könnt ihr drittschweiß auch nehmen so ja wir haben eigentlich mal dabei für notfall und so und das ist halt auch immer klar was wir nutzen aber dann muss man sich mal einer bauen und dann irgendwann wieder reinlegen ja womit kann ich ich sehe nichts muss ich so dunkel mit der sick touch kann ich auch bestimmt glas so wieder abbauen wie es damit ja wieder mit der grundspitze cool weil ich habe keine lust wie das so gesagt wenn ich zwei glas mutter es war bullshit geht nicht kann man äh wie viel hast du auch geht auch nicht ja hier kann man einen tag machen der welt richtig hat nichts alter wird jetzt nicht gewittert sehe ich nichts also ich die pisse gehen mir nicht die guckt ihr mal das ist bei mir aber nicht so dann hast du irgendwas ganz komisch ne das ist halt sehr dunkel ja warte das habe ich aber nicht dort also ich nehme an dass es irgendwie viel aber dann bei dir ist man macht richtig was gibt mir jetzt einfach nur nach bei mir was alles nico was ich sehe da drin alles ja wenn der tag drin ist aber in der nacht so was nicht der tag nach weg die man nicht bestimmen kann ja okay dann ich hoffe ich bin doch zurück ich habe mir keinen lehpunkt gemacht weil ich will und hatte laufen wollen ich musste ich da nicht rein und Leute reinholen ne grad nicht viel sehen und so aber ich mach den tschuldern dann gehör zurück und das war nicht notfalls ah sehn ex alter fuck ab das flackern hat immer auch nicht verschnungen gewesen ok das ist leer schnell ist einfach mit dann fiss ich mich hier jetzt ist der langer taktikum jetzt gehst du da stimmt also ist nicht der tag nach weg ne ach komm ernsthaft wir brauchen wieder carbon plates oh nein nicht nein doch nein keine carbon platten doch wollen wir da haben einen plätz ich freue mich ja die erinnerung carbon plates promenal carbon mesh und schaffen die kann man nicht kauft also ist es kaputt dafür müssen die uns wegschieben also wegschmeißen und dann uns schieben genau aber halt ich mach jetzt clear glass äh da raus volume down oh volume down alter scheiß maus ich hab die tatsächlich gedrückt fuck war das laut sorry leute ja hier hat er mich auf die tasse gekommen dann volume down das war nicht laut alter so äh entzahft das sagt was hinten rum warum haben wir ein electric freundes hier stehen der stürmer da als verraten wollen what the fuck ich wollte doch auch wie hier maschinen rein zu machen das erinnerung aber haben wir nie gemacht das hat dann quasi zweite karten werden der irgendwie immer noch der der aussieht zugeben ich mache es nur kurz zurück in die hauptwelt da hat er sich auch schon auf was auch hier machen können aber egal aber hier haben wir energie sooo und dann äh ist da noch wasser rein? ne nur lava oder? guck mal bitte zum schmelzding was? warum? äh scheiße ich wollte eigentlich ich weiß nicht äh also komm mal bitte ja ich weiß nicht mehr so ganz wie das funktioniert hat oder muss der mehr warte ist da noch die Füge von den Dingern hier kochen ist da wasser rein? ich hoffe es nicht warte ich komm mal chill äh privat obsidian scheiße hast du euch obsidian hergestellt worden? ja mega viel über 30 geil dann kann ich die auch mal verbraten ich komm vorbei so nie kurz zum schmied was los? hier das meltry Ding ich weiß nicht wie ja was warte ich schon mal was ich bin doch gerade gebraten Dings aber und was ist in der Mitte dieser Balken da? da ist das Zeug dann drin da ist nur ein bisschen Blutwasser drin weil die ist übrigens verpackt mir ist nämlich rechts viel hier drin bei denen ich ja einfach schon fragen warum ist da kein Fügel drin? naja egal aber das ist doch diese Smatchery diese Balken ne doch nochmal so ja warte mal so klack klack und das das ist oben das geht ah ok das kannst du einfach wahrscheinlich klang machen und fertig den werde ich haben dann tue ich gerade den Obsidian mal pulver weisen aber alles weil wir brauchen so viel davon oder? äh was? ich wollte euch machen aber die Hälfte von Obsidian 20 und Pulver weisen äh ne mal hier ja mach du mal Standbild aber warum eigentlich die Energie für das Teil? habe ich schon die ganze Zeit alter oder? das ist schon viel oder? keine Ahnung wo kommen wir das von? Moment kannst du mal bei Gelegenheit bitte gucken wenn wieviel Kleeglas wir haben? äh äh ja 42 wow und zwar ist klar aber die sind nicht so geil oder so gut die benutzen oder? äh das ist geil das wird nicht lange dauern hm ne wird auch nicht wir brauchen nur keine Ahnung 200 300 ja die Spaß nicht du machen du mit dem Klee bisschen mehr schadet nie ne? ja ja ich mach mal einen riesigen Vorrat mach ich kurz auf das Zeug hier du musst dann nachher aber allein ins Kino gehen ja richtig ja wir gehen nämlich in Deadpool 2 yeah stimmt können wir sogar sagen weil es einigermaßen aktuell ist ja richtig die ich vorher gefühlt zwei Jahren würde ich die Folge aufnehmen nur da wo Kino schaffen war nicht da wo dann direkt und so wir wissen auch ungefähr wann wir hier die Folge aufgenommen haben ja das erste Wochenende wo der läuft ist meine ich zumindest mal schauen ähm ja so läuft der Ding nicht so dann komm auch jetzt wo die hier noch fest und dann muss ich mal den Hangar gehen und gucken was auch abgeht ja jetzt wünschte ich halt grad mal einen PC weil dann könnte ich das Video es wäre nicht schlecht wenn ich das Video hätte und den PC und dann könnte ich auf dem Zweitbildschirm nachschauen wie ich die ganzen Sachen da bauen könnte sollte ja 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 apropos Video vielleicht sollte ich das auch mal sagen was mit dem Video gemeint ist ja wir haben nämlich ein achtminütiges Video mal aufgenommen eben von SC also Star Citizen äh wo wir halt rumgelaufen sind und alles uns angeschaut haben was wir noch nicht gebaut haben damit wir halt nicht immer nur auf Bilder schauen müssen die wir immer gemacht haben richtig sondern halt mal durchs Video skippen können fertig mhm ganz nice ähh komm, hört auf ich brauche die Worte auch dringend ne ich gucke mir jetzt rüber und rein nach also schon mal Eisen ganz weil eridium weiter läuft ja ich gucke mir jetzt noch ich gucke mir jetzt noch ich gucke mir jetzt noch mal die Ballentipsen platzieren da haben wir genug gefordert jetzt zwei stück das ist ja etwas und dann das Gute ist du hast ja noch ein Auftakt dann ich sag mal MFSUs also bald sind wir noch nicht fertig aber ja das Umbauen dann da oben ne ja kann ich auch typisch mal vorbereiten aber muss nicht jetzt sein ja ja noch ist ja auch nicht sind die FSUs ja noch fertig wirst du gar nicht Ja gut, du kannst schon so ein bisschen anfangen, aber du kannst dich noch gar nicht. Ja, wenn, dann solltest du es machen, wenn alles bereit ist. Wieso kann ich schon wieder nicht... Oh, es ist fix drin, wo geht es? Dunkel! Nein! Ah, ich glaube, hier hat es mich anders angewendet. Ich weiß nicht, warum ich das so mache. So, kurz mal drücken. Ich weiß, wir laufen alle wieder. Ähm... Ja, und das stieß schon zu, äh, ein halb sind schon der bei allen. Wow, kann man wieder auffüllen, ne? Kacke. Tja, dann... Auf in der Hangar, Nikola. Ja, ja, gehen wir in den Hangar. Da stehe ich auch gerade. Was denn? Ich stehe im Hangar. Ja. Du wolltest so ein breit bisschen im Hangar. Oh, was richtig, dass du im Hangar stehst. Ähm... Tja... Jo... Ach, wieder nacht. Die beiden ist nachtwischenlaufen, ne? Was ist los? So... Das heißt, Nico? Einfach nur nur ein Block hier oben drauf, oder? Nicht zwei Blöcke dann. Äh... Ich würde sagen, eher einer, ja. Ja... Bei der Hauptstadt kannst du dich noch eins höher? Und dann geht's dir jetzt so zu. Äh, Leute, das geht ja immer ein bisschen abgerundet zu. Ein ganz bisschen. Also zumindest da, wo du draufstehst. Mach schon irgendwie. Hm... Das weiß ich zu bezweifeln. Hmhm... Ja, klar. Ach... Ich hab natürlich kaum Material in der Balkan. Ich kann doch... Ja, wobei, lohnt sich nicht, dass ich dir was gebe. Ja, hält eh, weil... Bis zum System. Ungefähr. Bald. Fast. Das ist zu Matsch, okay? Ja. Wie ist das, Nico? Du wirst ja auch eine Tür, ne? Äh... Ähm... Ja... Ich kann dir schon abrunden. Ja... Musst du halt mal gucken, wie es dort ist. Ja, dann nutzt man am besten Rampen. Das ist im Abrunde, oder? Du wirst halt diese... Hm... Die, die, die... Carpenter... ...Rampen. Ja, aber die... Auf dem Altwirtschaftsappen soll man nicht gehen. Äh... Nehmen. Ja. Oh... Ja... Das ist ein Problem. Hm... Oh... Äh... Oh... Äh... Äh... Ja... Oh, verdammt. Oh, ne Reihe höher. Dann lass mir die drauf. Und dann mach das so. Dann kann man jetzt noch die Grafen draufsetzen. Ja. Ja. Mach mal so. Ach so, ganz plöckelig. Mach das halbe Dinger. Mach ich ja auch weg, weil die gehen zu schnell kaputt. Krasse Habe-Mot geht sogar. So, da gibt's mal Quarz her. Wir haben nur minimal Quarz. Sehr viel gefarmt. Fast 5.000, oder? 4.200, ja. 5.000 ist das übertrieben, aber ja. Oh, aber Nico? Ein Problem. Ein Heller. Oh, shit. Also, soviel dazu. Wieder weg. Aber... Dann testen wir so, wie du es eben... ...hastest. Ja, mach es. Leicht verkackt eventuell. Wenn da halt so eine kleine Kante da ist. Weil wir... Wir müssen eigentlich damit abrunden. Ansonsten ist es echt scheese. Das war doch schon irgendwie. Yo, yo, ich vertraue dir da vollkommen. Ähm... Ja... Aber diese Dinge verpacken manchmal. Und da verloffen sie dann aber nett. Tja... Was du machst. So... Nein, ich bin geändert. Ah! So... Wo war die so? Warte, 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 warte. So. Äh... Warte, drei Sticks. Also... Ich mach jetzt nicht weiter, aber... Ja. Also, ne? Hier. Äh, Glas. War ich direkt an der Decke die Stangen auch dran? Oder nicht? Weißt du das noch? Was? Ach, die St... Ach, die St... Ich freu mich nicht, ob ich hier... Ich muss das so machen, scheiße. Alles gut. Ähm... Ja, voran sie. Ja, das ging bis nach oben da, wo du gerade drauf stehst. Gegen die Stangen. Alter, das ist ätzend. Pfff... Das... Glaub ich dir. Ja, apropos ätzend. Ich werde jetzt mal... No. Doch. Coal Dust, genau. Coal Dust zu... Scheiß ähm... Coal Dust zu... Coal Dust zu machen. Genau. Äh... Warte mal... Wie hat... Wir hat Coal Dust genommen, aber... Wie stellt man das her? Weil... Wir haben zwei Coal Dust... Was muss Coal Dust herstellen oder was? Ja, aber... Hä? 3 Coal Dust... 4 Coal Dust... Ach ne, 407 haben wir. Es gibt noch ein anderes Coal Dust. Aber tatsächlich, ich muss Coal Dust herstellen. Da warst du noch wie? Ja, ja, ich habe eben nachgeguckt. Ja, hinten an die Zug-Quot-Revention. Da haben wir 3 Coal Dusts. Ja, aber ich brauche... Ah... Ja, okay, stimmt. 3 Coal Dust... Ja, stimmt. Das Ding. Ah, stimmt. Ich bin teuer worden. Ich dachte, den Coal Dust da rein. Ja, okay, stimmt. Danke Gott. Jetzt gibt's Geclique. Geil, Alter. Mhm. Sorry Leute, falls ihr da hört. Stimmt daraus. Schon extra die Moss ein bisschen weiter weg. Vom Mikro. Das heißt nach von Mikro, oder? Das ist eine Abonordnung. Und dann aber hier innen auch so eine Abonordnung. Das könnte ganz gut sein, oder? Äh... Ja, viel Spaß. Ich fange mal ein bisschen höher sind aus. Gibt es mir doch zwei Blocke auch egal. Das hat so. Aber guck doch mal ein Video am besten nach. Ah! Ja, mach ich gerade. Ne, das sehe ich. Äh, warte. Ne. Meint Leute, gleiche Moment. Bitte nimm das Video auf. Dann bleibt schön in einem Spiel. Wo war das denn? Ganz gleich. Moment. Ja, ja, da hinten. Ja, genau die Ecke. Ja, lauf dahin. Ja, ja. Moment. Ich steige mir mit Leute. Da haben wir gleich. Da haben wir gleich. Scheiße. Ah, das geht da dran. Da sind auch direkt die Streben dran. Hast du recht. Jetzt kommt jetzt nicht zu genau an, sondern guck mal nach oben. Arschloch. Wollte ich doch wohl nach oben gucken, oder? Na komm. Guck nicht so den Aufzug an. So. Nein, ich guck mal, aber du weißt ja schon falsch. Ich sehe nur einen Dickkopf. Ach so. Ja. Schwierig. Äh. Upsa. Lauf nicht, guck nach links. Guck nach links. Guck nach links. Guck es doch mal gleich richtig an. Ja, das ist halt direkt auf der Höhe, ne? Aber die Höhe ist glaube ich nicht so schlimm, oder? Wobei es aber auch eigentlich... Das ist auf der Höhe vom Glas, ne? Noch. Ne, er wird gucken, ob es das ja später nochmal richtig anbauen kann. Ja, witzig. Kann es übrigens sein, dass du deinen Windows Explorer mit aufnimmst? Nein. Ich hoffe nicht. Guck da wirklich nur Modletter auf? Bisher schon. Ähm. Ja, es gibt kurz durchstubeleit, Leute. So den, äh, Pause-Screen. Quasi. Haha. Aber das muss jetzt nachgeschaut werden. So. Was mich aber wundert, dass es doch eckiger aussieht, als gedacht. Ja. Ja, ein bisschen höher. Eins oder zwei. Ein Block höher. Eigentlich ein... Aber das Ding ist gar nicht so unfassbar abgerundet. Ja, aber passbar aus euch auch. Lass uns zwei Plöcke oder eins runter machen. Äh... Eigentlich... Weil es runter geht halt nicht, Nico. Weil... Warte da links rein. Warte mal. Ich... Ich komme mal gerade zu dir. Warte mal, Nico. Warte. 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 Guck mal, bitte bei mir. Ja. Guck mal. Guck das hier direkt da drüber. Und so hab ich halt wie so ein Block. Ja, genau. Was deswegen... Wollte halt eigentlich so machen. Ja, Mats. Ich weiß, warum es vielleicht nicht so geil aussah. Wir müssen noch viel weiter hier in die Wand reingehen. Guck mal. Bis hier hin müssen wir. Ist da aber auch nicht so. Doch. Da ist es frei. Nein, der Weg. Der Weg. Ist da auch frei. Das hat so ein Abstand. Ist natürlich frei. Das hier. Hier der Weg. Da. Ist eine Dicke. Warte. Warte. Ja, aber wenn der Weg endet, es kommt die neue Wand. Na, hier. Das hat ich doch gerade genau gesehen. Scheiße. Warte. Das spult ich, Idiot. Äh. Hier. Ja. Ja, jetzt sehe ich die schwarzen Teufelkopf. Ja. Danke, dass wir jetzt. Das hat so einen Deckenrand. Das ist nochmal. Das ist noch viel frei. Hä? Die Deckenrand. Hä? 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 Das ist auch so ein Blosser zwischen. Das hier geht nicht bis zum Fachschul dran. Ja, ich weiß, aber... Jetzt sehe ich, hier kommt noch was. Ja, aber hier oben. Wir müssen das noch weiter in die Wand führen. Wir müssen weiter nach da. Wo ich hinschaue. Ach, das? Ja. Ja. Ja, das ist auch klar. Das ist aber drin. Genau. Und deswegen sah es für mich komisch aus. Das müssen wir aber machen. Ja, das können wir ja nächste Folge vielleicht machen. Aber an sich passt so. Ja. Oder? Wobei ich sagen muss, ja, weil das hier oben passt eigentlich nicht so ganz. Du hast nochmal mit dem ganz kleinen Ding. Ja, aber musst du ja machen. Ja. Wenn du es eins zu niedriger machst, dann kannst du da keinen Steuermeldrenzler später machen. Ja, gut, das stimmt. Und Blockplatzchen geht auch nicht wirklich. Und ob man es auch nicht macht, ja. Das ist eigentlich recht. So eine Schese. Also niedrig hat das Zweifel von ihm komisch aus. Ja, okay. Gut. Leider hast du recht. Dann haben wir schon wieder eine Folge geschafft, ey. Krass, ne? Krass, ne? 6,20 Minuten. Ganz knapp noch eh nach. Ja, deswegen auch nur 26 Minuten Folge. Die nächste hoffentlich auch. Wahrscheinlich auch. Die nächste geht also 45 Minuten. Wollte ich hin? Scheiße, ich wollte doch da drin bleiben im Haupt. Tja. Verdammt. Gut, Lotte, das war's dann gewesen. Und jo, sehr dankeschön, dass wir uns so sind. Und schluss bis zur nächsten Folge von Minecraft. Mordplatz. Ciao.